Hans-Dieter Gelfert ist ein deutscher Autor und emeritierter Professor der FU Berlin-Leben. Gelfert studierte Anglistik, Germanistik und Philosophie in Marburg, Edinburgh, London und Berlin. 1970 promovierte er über den Symbolismus bei Charles Dickens, war dann Mitarbeiter am Institut für Englische Philologie, FU Berlin. Bevor er 1975 eine Englisch-Professur an der Pädagogischen Hochschule Berlin und 1980 eine Professur für Englische Literatur und Landeskunde an der FU Berlin erhielt. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2000 lebt er als freier Autor und schreibt zu den Themen Komik und Humor, Literaturinterpretation, Kitsch, Ästhetik und vor allem zu den kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und dem englischsprachigen Raum Veröffentlichungen. William Shakespeare in seiner Zeit Beck, München 2014 Charles Dickens der Unnachahmliche Biografie Beck, München 2011 Edgar Allan Poe Am Rande des Malstroms Beck, München 2008 Im Reich der Poesie 50 englische Gedichte minus Deutsch, Englisch DTV, München 2008 Madame I'm Adam Eine Kulturgeschichte des englischen Humors Beck, München 2007 Was ist Deutsch? Wie die Deutschen wurden, was sie sind Beck, München 2005 Übers ins Chinesische 2012 Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet Beck, München 2004 Englisch mit Aha Die etwas andere Einführung in die englische Sprache Beck, München 2003 Typisch amerikanisch Wie die Amerikaner wurden, was sie sind Beck, München 2002 Vierter auf 2012 Übers ins Koreanische 2003 Was ist Kitsch? Wandenhög und Embruch recht Göttingen 2000 Shakespeare Beck, München 2000 Zweite auf 2014 Übers ins Chinesische 2007 100 englische Gedichte DTV, München 2000 Kleine Kulturgeschichte Großbritanniens Beck, München 1999 Übers ins Ungarische 2005 Einführung in das Studium Anglistik, Amerikanistik Cornelsen, Berlin 1999 Im Garten der Kunst Versuch einer empirischen Ästhetik Wandenhög und Embruch recht Göttingen 1998 Einführung in die Fasslehre Reklem, Stuttgart 1998 Max und Embruch Deutscher und englischer Humor im Vergleich Beck, München 1998 Übers ins Japanische 2003 Kleine Geschichte der englischen Literatur Beck, München 1997 Zweite auf 2005 Die Tragödie Theorie und Geschichte Wandenhög und Embruch recht Göttingen 1995 Typisch englisch Wie die Briten wurden, was sie sind Beck, München 1995 Sechste auf 2011 Wie interpretiert man einen Roman? Reklem, Stuttgart 1993 Übers Ins koreanische 2000 Wie interpretiert man eine Novelle und eine Kurzgeschichte? Reklem, Stuttgart 1993 Übers ins koreanische 2005 Wie interpretiert man ein Drama? Reklem, Stuttgart 1992 Übers ins koreanische 1998 Wie interpretiert man ein Gedicht? Reklem, Stuttgart 1990 Die Symbolik im Romanwerk von Charles Dickens Kohlhammer, Stuttgart 1974 Auszeichnungen 2012 George F. Kennan Kommentarpreis 2011 1996 Eman Britisch Forum Award Kohlhammer 41